Ihr kennt mich nicht, aber es ist erstaunlich, hier zu sein. Und es ist das erste Mal, dass ich in Stuttgart bin in meinem ganzen Leben. Aber ich habe eine sehr starke Verbindung zu dieser Stadt. Vor 42 Jahren hat mein Vater als Soldat in der US-Armee gedient. Und er war hier in Stuttgart stationiert. Und er war so depressiv, und er wollte aus dem Fenster rausspringen und sich selber umbringen. Aber jemand hat ihm das Evangelium verkündet. Sein Zimmerkollege. Und mein Vater ist vor 42 Jahren in dieser Stadt errettet worden. So hatte ich immer eine Verbindung zu dieser Stadt. Und vor drei Monaten hat Gott mich mitten in der Nacht aufgeweckt. Und ich sagte zu meiner Frau, ich spüre, wie wenig ich in Deutschland wäre. Ich habe eine kurze Zeit in Hernhut gelebt. Aber ich war seit 2004 nicht mehr in Deutschland. Und sie sagte zu mir, das ist nett, schlaf weiter. Aber ich hatte niemals zuvor so etwas erlebt in meinem Leben. Ich fühlte mich wie außerhalb meines Körpers, aber in Deutschland. Und Gott hat ein Wort mir downgeloadet für Deutschland. Und er sagte zu mir, Deutschland, Deine Zeit des Übergangs, der Veränderung ist auf dir. Jetzt ist die Zeit, wo ich dich in diesen Übergang führe. Und ich nehme meinen Finger und ziehe die Grenzen eurer Nation neu. Ich verfolge die Grenzen eurer Nation mit meinem Finger. Denn ich liebe diese Nation. Und ihr werdet eine kulturelle Revolution erleben. Und im Natürlichen wird es aussehen, vielleicht wie Chaos um euch herum. Und in mancherlei Hinsicht wird es herausfordernd aus. Aber mitten in dieser Herausforderung wird es einen verzweifelten Hunger neu geben in dieser Nation. Es wird einen verzweifelten Hunger zum Volk Gottes bringen. Und in dieser Herausforderung Ich bringe euch zurück zu eurer ursprünglichen Identität als Nation. Deutschland, ihr seid berufen als Reformatoren. Und gerade jetzt ist die Zeit der Reformation auf euch. Ich höre den Klang eines Hammers und des Nagels. Ich höre den Klang des Durchbruchs. Ich höre nochmal 95 Thesen, die an eine Tür in Deutschland geschlagen werden. Und Gott sagt, ich erschüttere die Throne über Deutschland. Ich erschüttere die Throne der Regierung. Ich erschüttere die Throne der Wirtschaft. Ich erschüttere die Throne des Erziehungswesens. Und einige, die auf diesen Thronen sitzen, sie werden entfernt werden. Die, die die Übereinstimmung treffen mit dem antichristlichen Geist, ich werde sie wegnehmen. Wir kommen heute zu dir, um euch zu dienen und festzustellen, dass ihr auf der Waage hin und her gewogen wurdet. Und der Lord sagt, be removed. Ah ja, zu den Leuten, die mit dem antichristlichen Geist-Gemeinschaft haben. Und Gott sagt, seid entfernt. Und lässt einen anderen euren Platz einnehmen. Und ich richte Leiter auf nach meinem eigenen Herzen für Deutschland. Ich richte einige verrückte Leiter auf für Deutschland. Und diese Leiter werden wie Jehu sein. Sie werden wilde Männer, wilde Frauen sein. Aber Gott sagt, ich begehre danach, dass Isabel niedergeworfen wird. Und es wird zur Regierung hinausschreien. Und es wird in der Geschäftswelt ausgerufen werden. Und sie werden in den Vereinten Nationen ausrufen. Und sie werden sagen, werft sie nieder. Werft diese Systeme nieder. Werft ihren Einfluss nieder. Denn Deutschland, jetzt ist deine Zeit, um aufzustehen als ein Adler. Ich gebe euch die Adlersalbung. Es wird nicht der schwarze Adler der Vergangenheit sein. Sondern ich setze den goldenen Adler frei für Deutschland. Ihr werdet die Wellen, die Rundfunk- und Fernsehwellen über Europa regieren. Wo die, die in Manipulation und Kontrolle regiert haben. Ihr werdet in Anbetung und Gebet regieren. Ihr werdet im Lobpreis aufsteigen. Ihr werdet wieder herunterkommen im Kampf, im Krieg. Gott sagt, ich setze die Zeiten und Zeitpunkte. Und ich habe die Zeit der Reformation für Deutschland dekretiert. Ja, steigt auf aus der Scham eurer Vergangenheit. Aus der Schande der Vergangenheit. Komm zurück in eure Identität. Deutschland, jetzt ist deine Zeit. Und der Herr sagt, mein Thron ist über jedem anderen Thron. Und ich setze frei und ich bringe nach vorne meine Autorität. Um die Zeiten und Zeitpunkte für Deutschland zu setzen. Um eure Grenzen zu schützen. Und euch zu positionieren. Für eure Endzeitbestimmung und Funktion. In Europa. In Europa. Now is the time. Jetzt ist die Zeit. Amen. Thank you. Halleluja. Thank you, Jesus.